Was hast du an der Böckchen heute gemacht? Was hast du an der Böckchen gemacht? Was hast du an der Böckchen gemacht? Ein Bild. Ach was? Mit dem Böckchen. Oh, wie schluss. Ja, das war super. Ich schluss. Ja, meinas was. Was hast du an der Böckchen? Ja. Ja. Das ist auch ein K grant. Nein, du bist an der Böckchen. Ja. Ja und kann man probieren. Ja, du bist ein K weckchen. Du bist ein kleines Baby. Ja. ja ich bin der hat und das geht mal ich 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 Vielen, vielen Dank.